Herzlich Willkommen zurück. Ja. Luther Forst. Ja, hallo. Hol mal deinen Baumstäbchen. Ja, warte, ich muss erstmal was essen, weil sonst verkack ich's hier voll. Warte, ich hab noch was zum hinhängen. Der ist schon voll? Cool. Alter, ich hab noch zwei Fleisch zum hinhängen. Voll geil. Sehr gut. So. Ganz ne kleinen Steinchen hier, die muss ich mal rauswerfen. Die nerven eigentlich. Ja, eigentlich voll übel. Kann man die irgendwie weglocken damit oder so? Ich weiß nicht. Die Eingeborenen oder Tiere herlocken? Nee, ich glaub eher, vielleicht kannst du damit Tiere abwerfen oder so. Keine Ahnung. Ich hab echt Mut an. Ja, mit so einem kleinen Kieselsteinchen. Ja, ich weiß das eigentlich nicht. Genau so wie die Tennisbälle, aber eins muss ich sagen, dass der Typ, ne, also der uns das letzte Mal mit Feuer beworfen hat, ich glaub der hatte einen Tennisball in der Hand und hat den angezunden und auf uns geworfen. Das war einer da. Mhm. Alles läuft doch, ist doch voll geil, denk ich. Ja. Wie feucht dann? Alter, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter. Ja genau. Noch ein Stück. Ja genau. Das ist gut. Und weiter geht's. Bisschen langweilig für die Zuschauer grad grad ein bisschen, aber nein. Geht ja rucki zucki. Aber es geht ja flott. Ich hab die die ganze Zeit vor. Alter. Du bist grad voll verschwommen. Kennst du The Flash? Äh nein. So siehst du grad ein bisschen aus. Als würdest du dich in Hyper, Hypergeschwindigkeit bewegen hier. Weil die ganze, Alter. Tun wir uns doch. Hm? Sind wir doch auch. Achso, ja stimmt. Hast du ja auch wieder recht. Ja, Geschwindigkeit. Jaja, ist ja gut. Da hinten sind wieder zwei, drei. Soll uns da hinten verrotten. Sehr schön, weiterfahren. Das machst du gut. Dankeschön. Wir müssen dann aber noch gucken, damit wir so ein Tor bauen irgendwann. Also wenn wir das Hausboot fertig haben. Ja. Warte, man kann ja auch ein großes Floß bauen. Ich frag mich, ob man auf das große Floß dann irgendwie was draufpacken kann. Echt? Kann groß, ich dachte das ist das eigentlich. Ja, wir haben jetzt dieses kleine Floß gebaut. Na ja. Richtig, gibt's ein großes Floß? Ja. Achso, kann man das dann? Floß. Dann Dock, Large Roast und Hausboot. Large Roast? Ja, ne. Ne, ne, ne. Large Roast ist eigentlich doch nur so ein, äh. Ach doch. Alter, was ist... Was? Zum... Alter. Was? Weiter geht's. Ja doch, Large Roast ist doch ein großes, glaub ich doch. Da hast du recht, ja. Mhm. Ich stehe gerade nichts, du stehst nicht mit. Ja, jetzt geht's. Alter, was ist denn das? Ich seh' nicht mehr. Weißt du, du bist so verschwommen und es sieht so aus, als würde sich ganz schnell so zittern. So... Und das ist dann so schnell, dass du unscharf wirst. Baut du mal lieber. Entschuldigung. Alter, das wird voll geil, Mann. Ich glaub, das hätte ich... Ich weiß nicht, ist das schon der Eingang oder ist das da hinten? Ich... Ich weiß das nicht. Sehen wir gleich. Na gut, weil man jetzt auch Tische und so bauen kann, ne. Da kann man das bestimmt schon einrichten. Ja, aber das ist halt so klein, ne. Es wäre halt interessant, ob wir dann... Alter, wo ist denn jetzt denn gefahren? Ich bin nicht drin. Das hab ich aber auch nicht drauf geachtet. Ja, ich nehm' mal schnell ein von den anderen von unseren Ersatzdingern, weil... Dann muss man wieder bauen. Ja, wir können das ja schnell leer machen. Das ist ja... Ganz schon mühsam, ne. Aber... Ja, aber... Also, alleine hast du da verkackt. Alleine kannst du sowas nicht bauen, ne? Stimmt. Außer man kann es dann wirklich irgendwie bewegen, dann. Guck. Ist da jetzt der Eingang? Ja doch, da ist der Eingang. Ich hab's richtig. Und rechts ist doch wahrscheinlich Anlegestelle dann. Fluss. Ja. Vielleicht, ja. Was machst du denn jetzt? Warum drehst du oben? Da fahr ich vorwärts rein. Das ist schon geil. Alter, wie geil das aussieht unsere Wall hier. Voll geil. Ui. Voller Meer. Alter, das ist ja manchmal... Alter. Was? Hallo? Was ist das jetzt? Ah, gut Sack. Ja, komm mal. Hals drauf. Stell dich halt nicht so an. Ist grad voll verschwommen, ja. Wie viel brauchen wir denn noch? 30. Ach Gott. Was? 30 noch? Ja, 12 haben wir schon. Man, dann dauert doch ein bisschen länger als erwartet. Ja, ein bisschen. Ja, weil wir bringen immer nur zwei rüber, ne? Kann doch auch nicht mehr tragen. Ja, wir können ja dann auch irgendwann mal dieses große Teil ausprobieren. Und das sehen wir ja. Ja, aber bevor wir das jetzt bauen... Ja, klar. Das ist natürlich jetzt... Wir können's ja irgendwann mal ausprobieren. Sehr schön. Ja. Nein, halt. Hä? Was war das jetzt? Weiter geht's. Wir müssen ja noch das Tor bauen. Dass man mit unserem Lokteil da mal durchkommt. Ja, das hab ich ja vorhin gemeint, aber... Ja. Das können wir dann ganz zum Schluss machen. So schlimm ist das jetzt nicht. Die paar Meter können wir's dann doch noch laufen. Ja. Aber praktisch wär's halt, wenn wir ganz durch rüber kommen. Dann könnten wir sogar zwei bauen und einen für dich, einen für mich und so, weißt du? Ja. Ja. Es nimmt langsam Gestalt ab. Alter, voll geil. Ja. Und laufen sie wieder? Ja, wir laufen direkt auf unsere Mauer zu. Ja, ich bin... Ich seh's auch grad. Und einer krabbelt auf allen Vieren? Ja, das sind die Kannibalen. Warte geht's. Aber sind die Eingeborenen nicht automatisch Kannibalen irgendwie? Ja, die sind alle... Ich weiß das nicht. Das gibt's ja Mutanten. Aber wieso heißt eigentlich Kannibalen? Wir sind noch die... Sag mal die einzigsten Menschen, die da abgestützt sind, oder? Nee, die haben sich sogar... Ich glaub, ich weiß es nicht genau, aber in der vorherigen... Also, äh... Früher haben sie sich gegenseitig gefressen. Also, ich hab mal ein bisschen Gronk geguckt. Und, ähm, da... Ach, stimmt. Die Leichen locken ja welche an, ne? Ja. Und da haben sie sich... Die essen an ihre eigenen Toten, oder? Ja, ich glaub das. Und außerdem, ähm, haben die sich dann teilweise gegenseitig angegriffen. Und der Gronk hat teilweise nur zugeguckt, wie die gekämpft haben. Und dann musste er nix machen. Okay. Ja, das müssen wir mal... Vielleicht sieht man es ja selber noch aus irgendwie. Ob es da jetzt vielleicht so zwei Fraktionen gibt. Die Eingeborenen und die... Ich hab da mal... Ich hab da im Internet mal auch was gelesen, dass es da so die und die gibt. Und die laufen eher zusammen. Und die sind eher die Alleingänger. Äh, und aber... Die kämpfen auch teilweise gegeneinander. Aber ich glaub irgendwie haben sie das rausgefixt oder so. Also, dass die... Dass die nicht mehr so viel gegeneinander kämpfen. Weil teilweise konntest du ihnen wirklich zugucken und die haben sich gegenseitig... Weggeschnitzelt und gehört das Ruhe. Lustig. Ja, das stimmt eigentlich. So eine Fuhre noch und dann müssen wir... Holz holen. Ja. Und man verliert halt... Man verliert halt... Man verliert halt... Man verliert halt Ausdauer und so. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm... Ich komm... Ich komm... Ich komm... Ich... Du bist... Ich weiß es nicht. Ich bin voll im Wasser. Ich komm nicht mehr hoch. Ganz langsam. Du, du schwimmst doch. Hier, komm. Da, ja. Ja, das ist voll schwer, weil... Das ist... Der kann irgendwie nicht schwimmen, der Typ. Und dann tauchen... Immer wenn ich dann oben bin und nach vorne will, taucht er wieder ein. Weißt du? Und dann seh ich nichts mehr und komm voll schwer nach oben. Achso, okay. Das ist echt schwer. Ich müsste mal kurz was trinken. Alles klar. Aber wir müssen eh jetzt Loks holen. Basjo, komm. Ja. Ich trinke was und dann holen wir Loks. Oh, sehr schön. Richtig voll hier. Sauber. So. Ja, langsam haben wir richtig schöne Vorräte dann. Ja, jetzt langsam geht's... Geht das Spiel voran, ne? Ja, raus. Sollen wir zuerst hier das Ding weg? Nee, das machen wir zum Schluss. Erstes Hausboot. Ja, nee, aber die Loks kann ich dann trotzdem mitnehmen. Ja, ja. Ach, die haben wir noch auf. Alter. Was ist denn hier los? Komm. Wo ist denn dein Scheiß? Dann ist der Weg bisschen kürzer. Das kannst du dann schön einsammeln. Hier liegen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Das hat er vergessen gehabt. Das haben wir sie schon mal ein. Ich holte schon mal den nächsten. Gibt's das eigentlich... Macht das einen Unterschied, ob Bäume dicker oder dünner sind? Wie lange das fällen braucht? Hast du da schon mal irgendwie mal was... So... Also ich glaube dickere Bäume brauchen wirklich länger. Meinst du? Ja. Also ich glaube so kleine Bäume kriege ich schon da weg. Ich gucke immer wieder auf diesen Baum da hinten. Ob da die Kannibalen da irgendwo rumlaufen. Ja, aber da laufen sie gar nicht mehr so oft irgendwie. Hey, allgemein. Jetzt sind es ja auch die letzten zwei Nächte was. Also ich glaube das Schlafen bringt es echt brutal, ne? Also wenn wir dann Bett haben. Das ist immer wieder springen. Ja. Okay, ich glaube das reicht jetzt nicht. Weil es kann echt sein, dass die da irgendwie dann ein bisschen aufmerksam werden oder so. Wo hast du denn dein Locko? Ach da. Ist da voll. Ist da voll. Okay, dann nehme ich noch zwei mit der Hand mit. Komm der eine ist... Da könnte man noch einen drauflegen. Also das ist voll unlogisch eigentlich. Irgendwann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 9, 10, 11 passend drauf. Oder kannst du noch einen draufpacken? Das habe ich halt nicht geschafft. Ne, normal nicht. Okay, das ist echt Ende. Ja. 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 Ich habe keine Sticks. Okay. Ich habe auch keine Sticks. Sticks muss man auch immer wieder ein paar sammeln. Ja. Ja, es geht aber eigentlich ne. Mit dem Tor. Die zwei Meter da. Ja, ja doch. Das passt schon. Ey. Ja komm, geh durch. Ach so, bist du durch. Wir können dann irgendwann mal so ein Tor bauen. Müssen wir halt eins abreißen und dann vielleicht die Tür sogar. Ja, das war grad ein bisschen komisch. Ich muss ja doch wieder was trinken. Habe ich noch was da? Ne, habe ich nicht. Ja stimmt, ich habe eigentlich auch noch Hälfte Ausdauer. Ne, das heißt, ich habe weniger als die Hälfte. Komm, wo ist dein Wagen? Hier, Roya. Wir kommen auch immer irgendwie immer näher, ne? Also das ist immer näher dort in Richtung, wo die ganze Zeit die Kannibalen waren, ne? Ja, aber irgendwie greifen die uns auch am Tag jetzt nicht mehr an. Ich bin verwirrt. Ja, das wurde voll schwer und so. Vielleicht gab es immer so eine Nacht, wo... Also am Anfang ist es nicht so schwer, ne? Dann kommt ein Moment, wo es extrem schwer ist. Da, wo die meisten vielleicht sterben oder so. Und dann wird es wieder kurz ruhiger, wenn du die erste Welle bestanden hast, so irgendwie. Vielleicht sind das Wellen. Du könntest... Ja, vielleicht. So Wellenweise. Immer so nach sechs Tagen kommt die erste Welle, dann hast du wieder kurz Ruhe. Ja, weil das wäre echt krass, wenn es wirklich jede Nacht stärker werden würde. Ja, das wäre echt. Dann vielleicht hast du immer so Wellenweise und dann hast du nur ein paar Nächte, um zu bauen, beziehungsweise ein paar Tage. Weil die haben immer noch einen Schwierigkeitsmodus normal drin. Und nicht schwer oder sowas. Ja, schwer gibt es gar nicht. Jetzt gibt es Peaceful. Ich weiß nicht, bei Peaceful kannst du glaub ich einfach in Ruhe bauen, oder? Da gibt es keine Gegner, ja. Genau. Aber vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, das kann ich mir eben auch vorstellen. Weil du einfach die ganze Nacht durchbaden und so. Ich glaube, das ist... Dann hat der Sinn des Baus... Also kein... Also da hat der Bau keinen Sinn. Ja. Nimmst du den Lockholder? Da passt nichts mehr rein. Ach so. Mhm. Ey, nimmst du den Lockholder, den... Lockdingster. Du weißt, was ich mein. Jo, jo. Den Lockschieber. Ich muss kurz was trinken. Guck, ich hab gar keinen Durst, aber ich muss was trinken, weil sonst das... Oh! Also normal trinken bringt gar nichts. Du brauchst so'n scheiß... Äh, so'n scheiß Soda-Ding. Oder so'n Energy. Ich probier's jetzt einfach mal so'n... Äh, so'n Snack zu nehmen, ob das auch... Ich glaub' Snack müsste auch... Ja, das funktioniert, aber es macht nicht ganz voll. Ein bisschen bloß. Aber das ist ein bisschen blöd. Kann man dann was... Äh, selber machen, was Energie bringt? Ja, wie gesagt, man kann ja... Medizin machen und so Energie... Ja, Medizin bringt mehr nichts. ...Energy-Dinger. Echt? Die Energy-Dinger, die wären gut, die müsste man vielleicht mal machen. Warte, ich schau' mal ganz kurz nach, wie man die macht. Ähm... Ähm... B-b-b-b-b-b... Genau, ähm... Marigold, Aloe und Cornflower. Super-Energy-Plant. Also Marigold hab' ich. Coneflower... Vicory... Also... Gut, also... Heilsachen kann man besser herstellen, als... Ähm... Ach, halt... Chicory... Coneflower. Warte, ich schau' mal schnell, ob ich sowas irgendwie hab. Ah, falsch, Tasse. Leaf. Alter, ich hab' 326 Leafs. Nice. Da hab' ich 230. Ah... Aloe Vera, 9. Coneflower, 7. Chicory, 4. Ah, ich kann sowas herstellen. Soll ich jetzt Medizin herstellen oder Energie? Energie ist doch irgendwie wichtiger, ne? Hm, Super-Energy-Plant. Coneflower, Chicory und Aloe... Machen wir das mal. Coneflower... Coneflower, Coneflower... Coneflower... ...Coneflower, Dicory... ...Energy Mix plus... ...Combine... ...Remove. ...Energy Mix can be eaten to greatly increased stamina. Ach, ich kann das ja... Warte, ich kann das ja... Ne, warte, ich nehm' Silver mal. Ich hab' selber keine Energie. Ich hab' selber keine Energie. Ich hab' selber mal. Kannst du das nicht verdroppen oder so, oder fallen lassen? oh ja das ist effektiv warte ich mache auch mal selber medizin du kannst doch selber machen das doch bestimmt auch so dinge eingesammelt ich habe nur marie gold mehr habe ich nicht echt ja mann 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 ich schaue mal ob ich was finde verdammt ich kann es mir nicht merken was ich brauche superhealt mir gold und ich finde sowas nie ich finde nur die komischen büsche die ich ein bisschen kaputt schlagen kann aber sonst da schreien sie ja schon wieder aber das hat sich ewig zu weit weg angehört ach da ist nix rein also die fallen die sind echt kacke irgendwie also zumindest haben wir haben die kacke locations für die fallen da rennt nie was rein nichts ja es ist problematisch da ist irgendwas ich muss mal was essen hast du die aloe vera her wird es gerade dunkler ja klappt schon komm schon da ist nase krieg ich den ne wieso kann ich jetzt keine sich brauchst du ja ich komm noch mal wieder in richtung haus weil ich die sind so gruselig hier allein im wald die sind giftig ach ja rocks kann ich ja auch wieder mitnehmen so spär wieder in die hand nehmen das ist immer noch ganz kurz mal die fische eine wollen wir noch paar fuhren machen bevor wir schlafen gehen oder obwohl es wird schon ziemlich dunkel ne ja es ist so dann ist es noch nicht ne also ich speicher lieber mal wir können eh noch nicht schlafen müssen noch ein bisschen zeit verdritteln ich weiß nicht wenn ich vielleicht speicher macht speichert das bei dir irgendwie vielleicht mein charakter ich weiß es nicht ja ich es ist kein gläub ich nicht schaden da vielleicht mal komm eine fuhre machen wir da können ja die eingeborenen nicht uns nicht stören das ist ja das ach so die die fuhre hast du gemein ich dachte jetzt mit dem noch mal holen ne ne das mache ich nicht mehr da raus in den wald ich hab jetzt mal wirklich am verfrühen sind weil ich hab keine ausdauer mehr weißt du das ist da gehe ich nicht in den wald in der nacht das ist da gehe ich nur mit ausdauer weil ich sie ach Gott sei Dank sieht man das so voll schwarz alles oh da kommt lang da ist eine treppe hier irgendwie noch nicht aber das Feuer sieht man halt echt extrem weit ne aber die Mauer schützt das vielleicht ja ein bisschen das ist vielleicht ganz gut noch ein Dach drüber wäre vielleicht da hast du vielleicht gar nicht mehr so unrecht ich weiß nicht ob die wirklich so auf Licht reagieren ich weiß es auch nicht ja ich kann es mir auch vorstellen oh guck mal da hinten ist Licht da müssen wir mal hin ja ich denk schon das aber ich weiß nicht soll man wenn wir das Hausboot haben soll man da auch noch ein bisschen äh also am Strand auch noch ein bisschen ausbauen wenn wir das Hausboot haben oder wollen wir uns dann hauptsächlich auf das Hausboot konzentrieren ne was magst du bei dem Hausboot dann machen ich weiß nicht mal gucken ob wir da theoretisch was ausbauen können vielleicht können wir ja irgendwie so eine Treppe aufs Dach machen und dann vom Dach her weiter bauen oder so ja gut sowas vielleicht dann ja weißt du irgendwie so keine Ahnung oder vielleicht kann man ja da so Stege bauen oder so dran Steg bauen kann man ja ja vielleicht kann man das dort dran machen ich weiß es ja nicht ob du da Boden brauchst oder ob das reicht dass da so ein Hausboot ist das muss man halt dann gucken ob man da was dran pflanzen könnten das wäre natürlich cool ja ja schau mal ja dann ja das sind wir dann so der Mond ist alter Mond sieht geil aus muss ich echt sagen sieht echt mhm hat was wie lang wollten wir die Folge machen hab ich schon wieder wie lang sind wir jetzt schon ich hab's auch leider vergessen oh scheiße ich hab so vom Bauchgefühl könnten wir schon langsam zum Ende gelangen glaub ich also wenn wir vielleicht die Fuhre dann fertig haben ja ich weiß nicht ich glaub 5 ich weiß nicht 5 Minuten noch bei einer Folge ist ja schon leider misslohn von unserem Bauchgefühl her das waren statt 20 25 Minuten nur 10 Minuten ja dann haben wir leider ich weiß nicht wie sowas passieren kann das ist normalerweise haben wir dann wenn wir so verkacken vom Zeit her dass wir Überlänge haben aber ich glaub ich hab einfach kurz haben eigentlich selten ja das stimmt ich bin scheiße nie ja weil ich eigentlich echte Angst immer habe weil ja weil wenn die Folge zu lang wird dann dann dauert das Rendern und hochladen und bearbeiten so lange das ist das Problem und ich glaub beim Zuschauen ist es vielleicht auch manchmal schön ein bisschen kürzere Folgen zu haben ja vor allem bei Safari weil man hat halt auch nicht sag ich mal jeden Tag oder gut jeden Tag das lernt man eh nicht hoch aber man hat halt auch wirklich nicht so viel Zeit um da jetzt wirklich da jeden zweiten Tag 40 Minuten da mal anzuschauen ja 40 Minuten ist sowieso da über den vor allem für Safari ich glaub da reicht weil wenn du es zu lang anguckst merkst du hm doch ganz schön langweilig aber wenn du dann immer so 20 Minuten anguckst cool cool und jetzt oh jetzt hört es auf okay freu ich mich auf die nächste Folge und dann hast du wieder so eine phasenpause weil wenn ich mir das vorstelle wir hätten jetzt eineinhalb Stunden nur diese Mauer gebaut das wäre ja das stimmt das stimmt allerdings ja aber ihr könnt es ja eigentlich immer in die Kommentare schreiben falls ihr jetzt lieber eine längere Folge haben wollt oder kürzer ja ich glaub das nicht ich glaub 25 bis 25 Minuten ist vollkommen in Ordnung ja aber kann es sein dass da vielleicht welche da beißen die sagen ne ich möchte jetzt 2 Stunden folgen haben gut werden wir wahrscheinlich nicht machen 2 Stunden aber ne ne niemals also höchstens 40 Minuten ja höchstens alle höchstens also die Schmerzgrenze hab ich glaub 20 Minuten eine Folge haben wir eher die 40 Minuten ist ne ja die erste Folge die war echt war das die erste ich dachte die war mit ja die erste Folge die war ziemlich lang und ich glaub die zweite oder der dritte die war nochmal ziemlich lang die dritte war dann glaub ich nochmal lang da laufen sie sind die der ist grad an von unserer Wall weggelaufen ja der hat Angst gehabt die Wall ich glaub die Wall bringt es ein bisschen vor allem die ist auch ziemlich groß ne die hauen dann vielleicht nicht direkt dagegen weil wir direkt dahinter stehen ja ich glaub wenn du an der anderen Seite der Wall bist interessiert die das nicht und dann hauen die die Wall nicht kaputt das ist ja das kann sein also dann laufen sie einfach vorbei weil dann checken sie nicht dass da jemand ist das glaub ich ja vielleicht brauchen wir doch mal wieder ein paar Opfer weil ich brauch noch ein bisschen Knochen ja ich auch musst du mal wieder ein bisschen abfliegen ey Opfer du ja da hinten sonst könnten wir den hinten da schnell holen ich weiß nicht ob wir uns grad beobachten weil der da läuft der ist ganz alleine irgendwie jetzt lauft er wieder zu unserer Wall jetzt lauft er da hoch wollen wir jetzt schlafen ja mach mal ne komm 6 6 dinge noch oder wollen wir es dann so cliffhanger mäßig ne ich weiß nicht ne ich weiß nicht weil jetzt nächste Folge nochmal naja ich weiß nicht ich glaubte dass wir ich müsste es langsam was essen und trinken weil es geht bei mir noch essen ist so ne essen wird ziemlich knapp jetzt mal langsam auch runter es ist schon das x da aber sonst ne bei mir ist es gleich leer der Morgen ich glaub ich muss jetzt doch was essen bevor ich jetzt schaden ich weiß echt nicht ich kann grad nicht sagen wie lange wir jetzt schlafen ich kanns echt nicht sagen das ist echt zu schwierig das ist echt schwierig manche ich hab Schüler vergessen auf die Uhr zu schauen das ist echt ich nicht aber ich hab vergessen wann wir auch geguckt haben ohne Witz ich weiß nicht oh achso du wolltest essen ne ähm vielleicht tun wir sicherheitshalber mal die Folge beenden ja wenn es halt 15 Minuten sind ist okay ja 10 Minuten werden es schon nicht gewesen sein hoff ich aber nicht dass wir wieder Überlänge haben ist auch scheiße warte ich esse nochmal schon was weil sonst verhungere ich wahrscheinlich während dem Schlafen ne jetzt glaub ich nicht ich würd niemals vor dem Schlafen was essen weil das ist eigentlich völlig verschwendbar mein Magen ist komplett leer mhm sehr gut so jetzt kann ich schlafen weicher so wollen wir schlafen und dann oder ja schlaf oder wir können auch jetzt eigentlich schon beenden ja wenn wir jetzt kommen gute Nacht genau dann wieder danke fürs zuschauen in der nächsten Folge machen wir mal unser Hausboot fertig und schauen wir mal was wir denn noch so dazu bauen könnten ja genau so machen wir es also danke auch bei mir fürs zuschauen und bis zur nächsten Folge ciao 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 ciao